Eine weitere Folge von Let's Play Battlefield 3 auf der Jagd nach Salomon Jetzt gehe ich aber nochmal sichern, dass gleich wieder einer von hinten an die Rand kommt Ich frage mich, wo der herkam Entweder habe ich einen nicht ganz erwischt Oder der hat sich von hinten angeschlichen, was relativ beschissen wäre Harvest 3 auf der Stadt Schau, stein zu den Aufstand! Bleden Sie den Weg! Klang! Er darf dieritaten nicht bringen ich hoffe da steht nicht wieder ein auf sieht gut aus so da kommen wir scheinbar gar nicht durch kann man das aufschießen okay dann mal hoch tag nicht schnell rein los doch sonst entkommen sie oh oh wie soll ich die denn treffen shit oder die zielgenauigkeit ist gerade etwas beschissen herr kanz herr kanz herr kanz ja sie werden nie gewinnen es geht nicht ums gewinnen herr kanz she Verdammt, ich hab die falsche Tasse gedrückt. Nein! Das ganze nochmal, jetzt werden wir nochmal sehen, wie er unseren Fröhn tötet, die Sau. Oh, 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 oh. Welche Taste war das jetzt, verdammt? Und nun? Nein. Strahlung ist wie das Leben. Ein einziges schädigendes Ereignis. Vielleicht habe ich noch 30 Jahre. Vielleicht sterbe ich morgen. Ich habe meine Geschichte niedergeschrieben. Alles über Paris. Alles über Kafarov. Und den amerikanischen Marine, der den schwierigsten Weg von allen wählte. Ich stehe zu meinen Taten. Viele Leben wurden gerettet. Ich traue um die, die wir verloren. Ich bin mir sicher, der SWR sah das anders. Okay, das reicht. Wie mein Freund Wladimir sagen würde, Dima, du kannst nur einmal sterben. Sei dir sicher, dass es das wert ist. Oh, okay. Ich dachte jetzt spielen wir noch eine Runde. als Dima. Der hat wohl die Bombe überlebt. Dann war das wohl nur eine Strahlungsbombe. Kann ich mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen. Aber er war ja auch in unmittelbarer Nähe von der Explosion. Tja, war jetzt doch relativ kurz das Spiel. Aber dafür auch richtig, richtig gut. Hat mir sehr gefallen. Tja, mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Ich gucke mir auf jeden Fall nochmal den Multiplayer an. Mal gucken, ob ich da auch noch ein paar Folgen aufnehme. Ich vermute ja fast, dass ich das mit anderen Spielern nicht so richtig mit meiner Leitung zocken kann. Mal gucken. Wir sehen uns dann hoffentlich nochmal an der Let's Play. Spitze bedanke mich. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020